Herzlich Willkommen! Heute mal am Pleusner Meer ein bisschen Eisbaden. Tolle Sache muss ich sagen. Social Beer Game. Ich wurde ja dreimal nominiert. Zweimal habe ich schon. Einmal steht noch aus. Muss aber allerdings auch sechs Nominierungen machen. Aber naja, gesagt getan, also Temperatur, muss ich sagen, ist wirklich angenehm hier. So lässt sich es aushalten. Aber erstmal zur Aufgabe. Eine halbe Bier auf Ex heißt es. So. Leider nur eine halbe, aber macht nichts. Okay, wie gesagt, kommen wir schon zu den Nominierungen. Also wir fangen an mit Christina Tragl, Michael Specht, Rebecca Fuhrmann, dann haben wir noch Selina Fuhrmann, Anja Fleischer und unseren lieben Bürgermeister Bernd Sommer. Bernd, es ist eh ein Wahljahr dieses Jahr. Du hast die Wahl. Also hiermit wirst du nominiert. Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Nominierung. Ich bin begeistert. Das ist super. Ja, mal sehen. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen hinlegen. Abschle 얘기중. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja. Stefan, Mann.